Herzlich willkommen zu einer neuen Transformation hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute mit dem Flo. Flo, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bekomme heute das erste Mal nach fünf Jahren ein Lace-System. Bin tierisch gespannt und freue mich auf den Tag. Wir auch. Wenn ihr das Ganze in voller Länge sehen wollt, dann schaut mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Denn da haben wir alles für euch aufgezeichnet. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und seid gespannt, welche Frisur am Ende dabei rauskommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Flo, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich super. Es waren ein paar aufregende Stunden hier. Es ist tatsächlich ein nochmal besseres Tragegefühl, als ich es erwartet hatte. Ich bin gespannt, wie das nach ein paar Tagen ist. Gebe euch da gerne Feedback zu. Ja. Und du hast eben gesagt, na gut, es war ja relativ kurz. Das hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert. Ja. Und diese Stunde, die haben wir live. Und diese Stunde, die haben wir live gesprochen, heißt also für alle, die uns nicht glauben oder für die H-System-Nerds unter euch, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Wir hatten wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Flo hat auch ein paar Anekdoten erzählt. Ich auch. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Video. Ja, macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank.